Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video habe ich einen kleinen Spaziergang aufgenommen. Anders als die vorherigen Produktionen habe ich nicht die Aufnahme erst gemacht und dann später in der Nachproduktion besprochen, was sehr viel Zeit gekostet hat, habe ich dieses Mal alles direkt während der Aufnahme besprochen. Der Film ist nicht besonders lang und die Aufnahmen nicht besonders episch, aber das soll nicht der Schwerpunkt dieser Arbeit sein. Es geht eigentlich mehr um das schnelle Bearbeiten im Vlog-Style. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich über Kommentare freuen. Also, bis bald. So, heute wollen wir wandern gehen und zwar wollen wir einen tollen Weg bei der Oberwipper machen. Das ist im Bergischen Land. Das ist eine Talsperre und da habe ich auf Komot gerade einen Weg geplant. Hier ist der Weg und schauen wir uns den gleich mal an. Das war eine Dreiviertelstunde weg von hier. Wir sind jetzt an dem Lingerer See angekommen. Hat wirklich 40 Minuten gedauert und ich habe meine Fotokamera, die Sony 6500 Alpha dabei und meine GoPro und die Drohne. Mal gucken, ob ich da mal etwas fliegen lassen kann. Ja, wir sind am richtigen Weg. Es geht ja eigentlich nur um das Wasser rum. Braucht man wahrscheinlich nicht oft aufs Handy gucken. Hier ist der Lingersee-Talsperre hier und um die gehen wir herum. Der erste Eindruck von der ersten Wanderung dieses Jahr ist schön und freut sich wieder draußen zu sein. Hier könnte man ein kleines Bild machen. Der erste richtige Anstieg hier. 10 Meter hoch. Jetzt mache ich mal die Drohne aus und fliege mal ein bisschen. Ich finde es ja immer wieder blöd oder blöd nicht. Unangenehm, jetzt hier mit der Drohne zu fliegen, wo man denkt, hier sind 1000 Spaziergänge am Sonntag. Und mit so einem Biest, sage ich jetzt mal, stirbt man natürlich die Ruhe. So, ich weiß natürlich nicht, wie die Aufnahmen geworden sind. Ich bin ein bisschen hin und her geflogen, jedoch hatte ich mein Benutzerkonto nicht registriert. Und somit kam ich nur 30 Meter weg und 30 Meter hoch. Das war nicht viel. So, jetzt wollen wir ein bisschen Strecke machen, damit wir auch wieder ankommen und nicht nur mit der Kamera rumspielen. Es ist ganz schön windig hier und auch recht kalt vom Wind her. Die Sonne wärmt aber nicht so, dass es warm ist. So, die letzten Meter. Dann haben wir den Eingang bzw. den Anfang erreicht. So, wir haben die linke Talsperre einmal umrundet. Ich habe immer wieder was gesprochen, mit der Drohne geflogen und bestimmte Aufnahmen gemacht. Ich weiß noch nicht mal, wie das wird am Ende. Heute ist der erste Versuch, so eine Art von Video zu machen. Schauen wir mal, wie es geworden ist.